Ja moin Leute! Viele von euch kennen sicherlich die European League oder Teams wie G2, Navi, Rogue oder Team Secret. Und warum? Weil sie wohl zu den besten Rainbow Teams der Welt gehören. Und vielleicht hast du selber schon mal überlegt, Rainbow Six E-Sport auszumobieren und mal bei Turnieren oder Ligen mitzuspielen. Doch irgendwie klappt es in eurem Team nicht so richtig und ihr wisst auch nicht genau, was bei euch nun falsch läuft. Und genau deshalb gibt es heute mal 5 Tipps und Tricks für Rainbow Six Competitive. Zusätzlich bin ich gerade auf dem Weg zu den 50.000 Momenten. Das heißt, wenn ihr mir dabei helfen wollt, dann lasst doch gerne ein Abo da. Zeigt mir auf jeden Fall durch ein Like, dass ihr weitere Tipps und Tricks Videos sehen wollt. Und schreibt am besten auch in die Kommentare, welche Tipps ihr braucht. So, fangen wir direkt mal an mit dem ersten Tipp. Nicht tilten und beleidigen. Ich weiß, es ist manchmal wirklich sehr schwer, wenn man scrimmt oder Turniere spielt und man dann vorher viele Strats vorbereitet hat und viel geübt hat zusammen als Team. Und man dann im Turnier zum Beispiel hart auf die Schnauze bekommen von einem Team. Und man sehr, sehr simple Fehler macht, die man normalerweise nicht macht. Und da ist es auf jeden Fall sehr wichtig, nicht zu tilten und nicht überhaupt seine Mates zu beleidigen. Also Mates zu beleidigen in einem E-Sport-Game ist einfach ein No-Go. Das macht man einfach nicht. Es gibt hin und wieder mal Spieler, die tilten deswegen, wenn es mal nicht so läuft. Aber das ist sehr wichtig, dass ihr wirklich die Stimmung im positiven Sinne behaltet. Deswegen probiert wirklich ruhig zu bleiben. Und selbst, wenn es mal so ist, dass ihr selber merkt, dass eure Leistung wirklich sehr schlecht ist und ihr deswegen euch runterzieht, dann macht nicht den Fehler und sagt, ah Jungs, so super seid, ich bin so schlecht, ich bin so schlecht, super leid, ich weiß nicht, was gerade los ist. Macht das nicht. Probiert euch einfach weiterhin auf das Game zu fokussieren. Auch wenn es mal bei einem persönlich nicht so gut läuft, bringt es nicht, die anderen Team-Mates durcheinander zu bringen, indem man sagt, jo, ich spiele heute scheiße oder so. Egal, scheiß drauf, passiert. Zu ermutigen, ein bisschen zu hypen, hervorheben, wenn ihr gute Sachen macht. Das ist sehr wichtig. Das ist wirklich eine wichtige Sache, die im Kopf stattfindet und die auf jeden Fall sehr wichtig für euch ist. Besonders bei Anfängerteams kann das sehr stark vorkommen, dass Leute sowas machen. Gut, kommen wir direkt mal zum zweiten Tipp, nämlich viel kommunizieren und miteinander. Ich weiß, es ist manchmal ein bisschen anstrengend, wenn man von Rank zum Beispiel auf Competitive wechselt und man dann viel mehr callen soll als sonst. Ich meine, wenn man mal bei den Pro League Teams reinschaut, bekommt man schon mit, wie viel die wirklich callen. Und ich meine, ihr müsst jetzt nicht so viel reden, wie zum Beispiel hier am Beispiel Team Secret. Allerdings sollte euch bewusst sein, dass ihr viel miteinander reden müsst. Das sind ganz simple Sachen, wie zum Beispiel, was aim ich ab? Hey, ich aim die Door ab, du aimst die Door ab. Dann haben wir ein gutes Crossfire. Sowas muss kommuniziert werden miteinander. Oder sagen, hey, da ist ein Schild und wir müssen das wegbekommen, da ist aber ein Jäger-ADS, du wirfst die Flash und ich werfe danach eine Nate. Sowas ist ganz simpel. Und erwartet auch nicht. Ich möchte niemals den Satz von euch hören. Ich habe gedacht, sowas gibt es nicht Competitive. Du fragst nach, wenn du etwas nicht weißt. Und nur, wenn du es weißt, machst du es auch. Alles absprechen, auch wenn es die kleinsten Dinge sind. Wenn ihr den Preach aufmacht, dann fragt eure Mate. Hey, kannst du bis die Door ab, ey? Erst wenn das Ja kommt, dann legt ihr an und preacht zum Beispiel. Solche kleinen Sachen werden so hart bestraft von besseren Teams. Ich kann euch wirklich sagen, der Schlüssel ist echt Kommunikation in einem Team. Wenn die Kommunikation gut läuft und ihr Crossfire habt, dann könnt ihr auch gegen bessere Teams gewinnen, wenn die einfach nur irgendwo reinrennen. Es bringt euch wirklich mehr, von Anfang an direkt viel miteinander zu kommunizieren. Es gibt vielleicht auch mal die Sache, dass ihr mit jemandem zusammenspielt, den ihr nicht so mögt. Hatte ich auch schon mal in einem Team. Und da ist es trotzdem wichtig zu sagen, jo, okay, ich gebe dir aber trotzdem alle wichtigen Calls und in-game, probiere ich mich zusammen zu raffen, damit das läuft. Auch wenn ihr vielleicht außerhalb keine besten Freunde sein müsst, dann trotzdem im In-game probieren, so viel zu sagen wie möglich, zu callen und auch Ideen ins Spiel einzubringen. Alright, kommen wir direkt mal zum dritten Punkt, Struktur einbringen und verschiedene Steps. Ich muss sagen, das war ein Punkt, den habe ich vor, weiß ich nicht, halben Jahr, sage ich mal, wirklich erst richtig für mich verinnerlicht. Also mit verschiedenen Steps. Natürlich ist es wichtig, gemein erstmal Struktur in ein Spiel reinzubringen. Naja, es bringt nichts, wenn ihr ohne Plan auf dem Gebäude losgeht, sondern ihr müsst schon einen gewissen Plan haben. Meistens übernimmt das ja der IGL im Team. Das ist sozusagen der In-Game-Leader, der Typ, der sagt, wo es lang geht, der Struktur reinbringt. Und normalerweise sagt er das, wenn ihr noch keinen Typen bei euch im Team habt, der IGL ist, würde ich auf jeden Fall euch empfehlen, einen IGL zu bestimmen. Der das so ein bisschen alles strukturiert. Jetzt sollte jemand sein, der ein bisschen Ahnung von Taktik hat und welche Räume man einnehmen muss und all sowas. Ich werde euch auch mal ganz kurz mal an einem Beispiel erklären, wie diese verschiedenen Steps funktionieren. Nehmen wir mal als ganz einfaches Beispiel Kaffee, Reading und Fireplace als Attack. Das heißt, ihr seid Attacker und ihr müsst jetzt verschiedene Steps bringen, wie ihr diesen Spot sozusagen angreift. Als Grundvorlage dient eigentlich immer recht gut, erstmal Roma Clear, dann zum Beispiel Vertical Play und dritter Punkt ist der Execute. Und diese Punkte sind sozusagen nochmal unterteilt in andere Punkte. Vertical Play muss nicht immer sein, aber auf einigen Spots ist das halt so. Das heißt, Roma Clear, wir attacken Reading Fireplace. Erster Step ist, wir nehmen komplett Topfloor ein. So, wir breachen Piano, wir stellen ein Outside Wide Window ab, um die Rotation zu cutten. Wir pushen zwei Leute über Bar, wir pushen zwei Leute über Wide Hallway. Der Typ Wide Window sagt, okay, ich habe Wide Stairs, ihr könnt jetzt Wide Hallway pushen. Da kommen wir zum zweiten Punkt, in dem man viel kommuniziert. Ich habe Wide Stairs, da kann jetzt keiner hoch, ihr könnt jetzt Cocktail pushen. So, wir pushen die zwei über Bar, es pushen zwei Leute über Wide Hallway und dann werden die Leute da rausgeholt. So, wir haben den ersten Step abgehakt, ne, Roma Clear war gut, da ist vielleicht einer gestorben dabei, der andere ist den Hedge good job, so. Jetzt kommt der Punkt Flankwatch, ne, einer muss Flankwatch machen, das ist wichtig. Tut man einen zuteilen, der das macht, normalerweise spricht man es vorher ab, vielleicht hat man einen Nomad dabei oder so, oder stellt mindestens eine Drohne ab, wenn jemand gestorben ist, dann fängt man an Vertical zu spielen und während dabei bereitet man schon ein Execute vor. Das heißt, zweiter Step ist sozusagen, wir spüren Vertical an, wir treiben die Leute aus bestimmten Spots raus, wie zum Beispiel aus Reading, wenn wir auf einen Reading-Plant gehen wollen, dann müssen wir Leute aus Reading raus haben, dann müssen wir aus Laundry gehen, den Smoke denyen, damit er nicht absmoken kann. So, zweiter Step ist auch erledigt, wir haben die Leute aus Reading rausgedrängt, wir können theoretisch auf einen Plan gehen. So, jetzt wird es interessant, denn jetzt ist eigentlich der wichtigste Punkt, denn wir müssen jetzt den Execute gut organisieren. Das heißt, wir sagen, okay, du, Sledge, bleibst oben, hältst einfach Vertical den Winkel sozusagen Richtung Laundry, ein anderer endt einfach Richtung Pillar-Hub und Pillar-Stairs, dass uns keiner flanken kann, und einer geht einfach auf den Plant. So, da kannst du mit drei Leuten, kannst du hier einen super Execute machen, und das ist einfach wichtig, ne. Wir hatten den ersten Step, Roamaclear, da haben wir Topfloor komplett geklärt, zweiter Step war Vertical Play, haben wir auch gemacht, wir haben die Leute rausgedrängt, und dritter Step war der Execute. Und solche Sachen sind einfach sehr, sehr wichtig, und solche Sachen kann man auch im Vorhinein besprechen, ne. Also, man kann ruhig mal die Map in der Theorie durchgehen und sagen, wie es denn im Optimal verlaufen wird. Natürlich müsst ihr zwischendurch immer wieder ein bisschen aufpassen, adaptieren und sagen, okay, der wird uns flanken, okay, dann hältst du die ganze Zeit Flankwatch jetzt. Ne, das ist wichtig. Aber trotzdem solltet ihr als Team gewisse Steps haben, die ihr sozusagen immer abarbeitet, und euch untereinander helfen, diese Steps abzuarbeiten. Nachdem ihr nun wisst, wie ihr eigentlich in der Attack kommunizieren müsst, wie die verschiedenen Steps lauten, und dass ihr auf jeden Fall eine gute Stimmung bewahren solltet, kommen wir nun zum vierten Punkt, denn zusehen und adaptieren. Was in Rainbow auf jeden Fall sehr wichtig ist, dass ihr adaptiert. Wer das Wort jetzt nicht kennt, ist aber, dass ihr euch anpasst, ne. Das heißt, wenn die zum Beispiel in der ersten Runde sehr, sehr aggressiv spielen, alles picken wie sonst was, und die ganze Zeit flanken, dann müsst ihr zum Beispiel anfangen, ja, jo, lasst uns mal legen, zum Beispiel den Fetscher zum Beispiel rauszunehmen und eine Nomad zu spielen, weil die spielen zum Beispiel eh kein Heartbreach-Denay, also kein Mute, kein Bandle, kein Kite, und die flanken aber die ganze Zeit, ne. Dann sagt man, okay, lasst den Fetscher austauschen von den Nomad. Da solltet ihr auf jeden Fall achten, dass man in der Attack auf jeden Fall darauf achtet, wie haben die denn den Spot attackt. Jetzt zum Beispiel beim Kaffee-Beispiel, wie haben die denn Reading attackt, haben die oben angespielt, okay, die haben einen Shop gehabt am Anfang, können wir das irgendwie counteren zum Beispiel. Solche Sachen sind wichtig, auf solche Sachen müsst ihr achten. Es ist halt wichtig, dass ihr in der Attack, genauso wie in der Defense, euch selbst adaptiert. Das heißt, wenn ihr eine Runde in der Defense verloren habt, weil zum Beispiel der Preach aufgegangen ist so früh, weil ihr keinen Active Bandit hattet, oder irgendwas in der Richtung, dann solltet ihr überlegen, okay, macht es Sinn, in der nächsten Runde da einen Active Bandit zu spielen. Also ein Bandit, der einfach die Bandit-Batterie ist halt, je nachdem platziert, wo sie anlegen, oder ob da Impact-Tricken zum Beispiel mehr Sinn macht. Und dann müsst ihr euch einfach absprechen, was jetzt wirklich in der Situation oder bei dem Team wichtig ist. Natürlich auch in der Attack ist das genauso. Sagt man zum Beispiel, okay, die bauen zum Beispiel auf Oregon sehr, sehr stark auf Blue auf. Sagt man dann vielleicht, okay, wäre es vielleicht doch besser, wenn wir einfach einen Launtry- und Freezer-Take machen zum Beispiel. Also da müsst ihr gucken, dass ihr euch da einfach absprecht und schaut, wo die Gegner jetzt wirklich sehr, sehr viel Utility aufbauen und wo es dann auch Sinn macht, dagegen aufzubauen und wo es dann Sinn macht, nicht dagegen aufzubauen. Dann probiert ihr einen anderen Weg zu finden. Aber das ist eine Sache, adaptieren, das lernt man mit der Zeit. Das kommt nicht von jetzt auf heute, weißt du, wie man adaptiert. Das kommt durch Erfahrung, ne? Also erwartet nicht, dass ihr jetzt nach einer Woche wisst, wer gegen alles adaptieren müsst. Es gibt, zum Beispiel bei uns ist es ja so, ne? Wenn ich zum Beispiel irgendwas sehe, ein bestimmtes Strait, weiß ich, okay, die spielen das so an, dann lassen wir das und das und so spielen. Zum Beispiel auf Clubhouse, SSG-Roam, dass man da ein Vigil dabei hat, dass man da ein Castle dabei hat und ein Mute. Das erkennt man halt relativ früh. Und da muss man halt gucken, dass man mit der Zeit einfach sowas dazulernt und das kommt aber nur durch viele Spiele, ne? Also durch Scrim, durch Turniere oder auch eben, wenn man sich mal ein bisschen bildet, indem man zum Beispiel Pro League schaut. Was sich auch anbietet, wenn ihr zum Beispiel einen Spot doch mal anspielt, zum Beispiel ihr taggt doch mal Reading und Fireplace, dass ihr einfach nochmal ein Recap macht. Das heißt, einer sagt nochmal, wie haben die denn letzte Runde defended oder beziehungsweise wie haben sie denn attackt. und dann sagt ihr, okay, die haben das und das gemacht, lasst das mal counteren, indem wir jetzt das und das machen. Das ist, glaube ich, so der Leitsatz, wie man da rangehen sollte. Kommen wir wieder zu Tipp 5. Aus Niederlagen lernen. Ich weiß, es ist manchmal schwer, wenn man verliert, besonders wenn es irgendwie knapp war, wenn man 7, 8 verliert oder irgendwas in der Art. Dann irgendwie noch froh zu sein, dass man verloren hat, ist, glaube ich, zu viel verlangt. Natürlich ist es schade, wenn man verliert, aber ihr solltet immer was aus einer Niederlage mitnehmen. Ihr verliert keine Matches, ohne was zu lernen. Entweder wisst ihr nach dem Game, okay, wir müssen definitiv mehr in unserem Aim arbeiten oder wir müssen an der und der Strat feilen. Wir müssen mehr kommunizieren. Wir müssen im Post-Blend, also nachdem der Blend-Down ist, stärker, weil sie nicht passiv spielen. Wir müssen lernen, besser zu adaptieren auf der Map. Ich denke, es gibt immer was, was man mitgeben kann. Und das meiste scheitert halt nur daran, dass man nicht genug lernt aus Niederlagen, indem man einfach zu faul ist, nach dem Spiel nochmal drüber nachzudenken, warum er denn eigentlich verloren hat. Also wie gesagt, macht das Beste draus aus einer Niederlage und werdet einfach stärker. Und dann nehmt ihr auf jeden Fall auch was mit. Gut, Boys, das Video ist doch ein bisschen länger geworden, als ich dachte. Ich hoffe trotzdem, dass es den einen oder anderen gefeiert hat und auch sicherlich helfen wird, wenn ihr ein bisschen kompetitiv spielt. Es wird wahrscheinlich einige Videos demnächst in die Richtung hoffentlich geben. Schreibt mir gerne auch Themenvorschläge, wo ihr auf jeden Fall Probleme habt, zum Beispiel IG-Elling, Plankwatch oder auch irgendwelche anderen Sachen, gerne in die Kommentare. Wir sehen uns, haut rein und ciao.